Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes. Wir gehen zum nächsten Fragezeichen und rennen hin. Plötzer ist bei der letzten Folge angegriffen worden. Willkommen Schluckauf, Moment. Plötzer ist bei der letzten Folge angegriffen worden. Aufgrund meiner Nachlässigkeit wurde er von riesen Tausend Büchern angegriffen. Und deswegen soll er sich jetzt erstmal... Oh, rechts sind ganz viele Gegner. Soll er sich jetzt erstmal ausruhen und ich sehe schon den nächsten Gegner, wie es aussieht. Ein Gabelschwanz, oder? Verlassene Städte. Oh nein, Schluckauf, geh weg. Er scheint gerade an der Leiche rum zu naschern, okay. Machen wir dem Treiben mal ein Ende. Hallo, bleib mal hier. Ein Schleimling? Den kennen wir aber noch nicht, oder? Warum heißt denn der Schleimling? Macht der Schleim? Oh, der kann Feuer spucken. Oh, der kann ziemlich durchdrehen. Ja, treffen wir den jetzt mal, oder? Krass, der Feuer spucken kann. Ah, ich glaube, das war ein direkter Tod. Stark. Ich weiß nicht, ob er immer diese Zeit bekommt. Ich glaube nicht. Ach, es war eine verlassenen Städte, das stimmt. Ich habe nicht daran gedacht. So, das können wir jetzt auch wegdrücken, Mist. Ist immer das Gleiche. Ja. Hallo? Mal schauen, ob auch wieder irgendwo eine Leiche rumliegt. Ja, da. Warum sie auf die Idee gekommen sind, da jetzt immer so einen Leichenwagen hinzumachen, wo eine Leiche mit irgendwelchen Infos ist. Ich meine, ist okay, da erfährt man ein bisschen was, aber irgendwie auch merkwürdig. Brief mit Castel Raviello Siegel, liebster Vetter. Aufgrund dessen, was ich aus deinem letzten Brief entnehmen konnte, sind die Gerüchte über Belgards schwierigen Zustand nicht übertrieben. Meiner Meinung nach solltest du nicht auf den neuen Eigentümer warten. Der Vorgang für die Übertragung eines so wichtigen Weinguts wird Monate dauern und in der Zwischenzeit verfällt das Anwesen. Du hast geschrieben, dass du alle Wachen des Anwesens entlassen musstest. Wer will dich also vor den wilden Tieren schützen? Du weißt genau, wie viele sich von ihnen im Carroberta-Wald herumtreiben. Sie könnten dich jederzeit angreifen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe schon mit Meister Fabrizio gesprochen und er denkt, dass ein so fähiger Verwalter wie du hier schnell Arbeit finden wird. Hör also auf, den Helden zu spielen und komm zu mir. In Erwartung deiner hoffentlich baldigen Ankunft, deine dich liebende Basel Emil Castel Raviello. Tja, er ist leider gestorben. Zu spät. Zu spät. Ist es jetzt abgeschlossen, dieses Quest eigentlich? Geh zu Liam und Mathilda. Ne, es ist noch nicht abgeschlossen, weil wir müssen erst... zu Liam und Mathilda noch mal ein letztes Mal reden quasi. Okay. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber... Egal. Wir machen jetzt logischerweise trotzdem erstmal die restlichen Fragezeichen, die hier sind. Oh, verlassene Städte? Das riecht nach einer verlassenen Städte. Da schnuppert auch gerade jemand. Vielleicht Fistech, keine Ahnung. Scheint ein verlassenes Weingut zu sein, auf jeden Fall. Ja, verlassenes Städte, war ja klar. Und was ist der Gegner? Mal... Also hier gibt es irgendwie dagegen viele Tausendfüßler, wie es aussieht. Beziehungsweise Riesentausendfüßler. Raffet euch doch mal! Oh, Freunde! Oh, 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 fast tot. Aue! Ja, die drehen aber ganz schön durch. Also. Es sind drei! Oh Gott, ich wollte gerade sagen, wenn man davon mal vier oder fünf auf einmal hat, dann wird es ein richtig krass schwerer Kampf. Oh Gott, ich bin zu vergiftet. Aue! Ich muss mal ganz kurz weg hier, Freunde. Aue! 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 Weißer Honig ist das schlaueste Honig der Welt. Wisst ihr auch. So, auf in einen... ...einen neuen Versuch direkt mal vergiften lassen. Perfekt. Wo seid ihr? Aber ich muss das auch mal gucken. Oh Mann! Ist es nur noch einer? Hä, wann habe ich denn den zweiten getötet? Der ist bestimmt... ...verblutet oder so. Oh, mach doch mal einen anderen Angriff! Was ist denn los mit dem? Oh Mann! Oh Mann! Fuck! Ich bin ja wieder fast tot! Keine Tränge mehr! Oh! Alter! Da hört aber auch nicht auf! Ah! Es war ein direkter Tod! Sehr gut! Freunde! So, jetzt überspringen wir wieder! Muss ich direkt wieder meditieren! Ah! Es war ein direkter Tod! Oh Mann! Vielen Dank für die Rettung, Hexer! Bitte, bitte! Wo ist der Leichenwagen? Hä? Hier läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter! Scheiße, hat das Meditieren den Leichenwagen vielleicht... Ach, gesund müsste man... Ich weiß nicht, ob der... Ich weiß nicht, ob an diesen verlassenen Städten dieser Leichenwagen immer da bleibt! Oder ob da eben nur kurz nachdem man die besiegt hat, da ist und verschwindet, sobald man wieder meditiert oder so! Dass halt die ganze Zeit da ist! Das könnte sein! Scheiße! Dann habe ich vielleicht gerade den Leichenwagen gepasst! Hm! Egal! Geht auch ohne! Oh! Hier ist eine Kräuter... Ein Kräuterkundler oder sowas! Ach, das ist die Frau, die sich bedankt hat! Ich bin aber auch blöd! Gar nicht gemerkt! Beim hüpfenden Majoran! Wir sind gerettet! Mein Held! Er hat aber ein sehr merkwürdiges Gesicht! Mein Held! Nur ein Hexer! Monster zu töten ist mein Beruf! Tapfer und bescheiden! Oh! 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 Es ist eher eine Hexe, oder? Die hat gar nicht ihren Mund bewegt, als sie gelacht hat und die hat so einen fettigen Hals und generell so einen aufgeschwemmten Kopf, aber einen ganz normalen Körper! Das sieht irgendwie ganz komisch aus! Führst du dieses Weingut ganz allein? Oh nein! Mein Vater ist der Winzer und noch dazu ein Exzellenter! Ich helfe nur aus! Und wo ist dein Vater? Im Hospital, seit er von diesem Monster verwundet wurde! Aber es geht ihm jeden Tag besser! Aha! Was gibt es bei dir? Was verkaufst du? Die besten Kräuter in ganz Toussaint! Brauch ich aber nicht! Aber wir können bestimmt das... Ach nee! Moment mal! Ich glaube, die kauft kein Färbemittel, oder? Nee! Was? Wir haben fast 50.000? Okay! Krass! Wir brauchen eh kein Geld! Sorry! Brauch nicht davon! Bis dann! Bitte schau vorbei, wenn du in... Ja, ja! Sorry! Aber ihr Kräuterkundler, er verkauft einfach den billigsten Scheiß überhaupt! Weil man kann es erstens selber sammeln! Man hat es tausendmal im Inventar! Und selbst wenn man total krank und Essenz und absurd verrückt wäre, würde man trotzdem nicht so viele Kräuter brauchen, dass auch nur ansatzweise die Menge an Kräuterkundlern gerechtfertigt ist! Die hier quasi unterwegs sind! Was geht hier vor? In dem Spiel! Braucht die einfach nicht! Und dann, wenn man dann doch diese Sachen braucht für den Drang, für den Absurd, für irgendwas, ne? Diese speziellen, dann kriegt man die natürlich nicht beim Kräuterkundler, weil sie entweder zu selten sind oder von Kräuterkundlern gar nicht verkauft werden! Obwohl sie für sowas gebraucht werden! Total blöd auf jeden Fall! Aber egal! Was haben wir denn dieses Mal? Bewachter Schatz? Ich bin einfach so gut, oder? Wie ich einfach immer direkt im Vorher... Vorherein weiß... Au! Was die... Was da auf uns wartet! Komm her Bogenschütze! Du musst leider zuerst sterben, weil du am meisten rumnervst! Und halten und kämpfen! So kämpft man, meine Freunde! Die nächste Wasserleiche! Bleibt aber lange auf dem Boden liegen! Der hat sich gedacht, scheiß drauf! Lieber wäre ich direkt aufgespießt von ihm! Dann bin ich direkt tot! Voll schneller tot! Anstatt dass ich noch 3, 4 Schwertschläge bekomme! Das dauert vielleicht länger und das tut mir weh! Sehr schlau von ihm! Sehr schlau! Und dann breitet sich das Blut aus! Das ist auch so eine... Leichte Sexposition hat aber auch eingenommen, oder? Wie ich es so sagen darf! Ohne hier weiter ins Detail zu gehen! Aber das Spiel ist eh ab 8... Ist es am 18 das Spiel? Doch! Es muss am 18 sein! Es ist eh ab 18 das Spiel! Also Freunde! Ich kann ja... auch explizitere Sachen sagen! Die scheinen gerne dieses Baguette mit der Fischpaté zu essen! Uh! Weinhändler überfallen! Arnold App Blooms Tagebuch! Ah! Das ist das! Krass! Wo wir in der letzten Folge den Verrat von dem Gärtner mitbekommen haben! Genau diese Lieferung wurde überfallen! Das Tagebuch ist mit getrocknetem Blut bedeckt! Nur von den letzten Einträgen sind einige leserlich! Ich glaube nicht an Zufälle! Das wäre ein Luxus, den sich der Kommandant der Kaiserlichen Botschaftswache nicht erlauben kann! Die Karawane mit dem Wein für den Kaiserhof wurde im Herzogtyp überfallen und ausgeraubt! Schon die Weinfester selbst sind eine Kostbarkeit! Doch außerdem reiste der Untersekretär mit, der für die Rückgabe der übrigen operativen Ressourcen der Botschaft verantwortlich war! Mit anderen Worten, die Florinen, die dafür vorgesehen waren, politisch für guten Willen zu sorgen, kehren nicht in die Schatzkammer des Kaiserreichs zurück, sondern sind jetzt in den Händen von Banditen! Wie konnte ich einen so wichtigen Transport nur ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen lassen? Das wird in der Hauptstadt nicht gut ankommen! Und der Gipfel ist, dass diese impertinenten Landeier von der Herzogswache die Frechheit besaßen anzudeuten, dass jemand in der Botschaft die Banditen über Zeitpunkt und Route des Transports informiert haben muss! Ich würde eher erwarten, dass es jemand von der Wache war! Andererseits vielleicht auch nicht! Diese Dioten finden doch ihren eigenen Hintern nicht mal dann, wenn sie eine Karte haben! Die Lösung liegt auf der Hand! Ich werde die nächste Karawane persönlich bis hinter die Grenzen von Toussaint eskortieren! Tja, aber leider hat das auch nicht gereicht! Aber schon krass, dass diese dummen Banditen, die ja total lächerlich waren, Elite-Kämpfer und so einen Kommandanten ja platt machen konnten! Das verstehe ich nicht richtig! Wohin jetzt? Weiter dem Fluss entlang! Den Fluss sag ich schon! Das ist ja ein See! Brauchen wir gar nicht markieren! Das kriegen wir auch so hin! Wir sind nämlich richtig cool und Gangster! Weil wir nämlich gar nicht markieren! Ah! Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Ah! Ein Ort der Macht! Sehr cool! Die kommen echt super selten vor! Am Anfang im Spiel! Da haben sie auch mehr Sinn gemacht wahrscheinlich! Am Anfang im Spiel bei Witcher 3! Da kamen die häufiger vor! Aber man bekommt halt auch immer einen Fertigkeitspunkt, wenn man die findet! Und gerade am Anfang war es natürlich, hat es eindeutig mehr gebracht! Und man halt einen extra Fertigkeitspunkt bekommen hat! Und jetzt ist es halt einfach nicht mehr so relevant! Also das ist jetzt nicht mehr so ein krasser Unterschied! Einen Fertigkeitspunkt zu bekommen! Das Medaillon vibriert! Das muss einfach der Macht sein! So! Jetzt schauen wir aber mal! Weil wir haben jetzt drei Fertigkeitspunkte! Und rein theoretischerweise heißt das, dass wir hier weiterkommen könnten! Wenn wir wollen würden, tun sollten! Wollen! Was war das nochmal? Vergiftete Klingen! Auch Klingen, wenn die Öle bewirken bei jedem Treffer 3% Chance! Achso, ja! Das ist so ein sinnloser Scheiß-Effekt! Das gibt es gar nicht, dass ich den ausgebildet habe! Weil ich das ja nie mache! Aber das ist halt genauso sinnlos! Weil ich ja nicht mehr zaubern will! Das ist dumm, ey! Moment mal! Aber wir haben noch diese Täuschung drin! Da müssen wir doch eigentlich hier irgendwas Sinnvolles! Hä? Wieso habe ich das nicht mehr ausgewählt? Tagsüber regenerierte Vitalität sind 10 Punkte! Das nehmen wir auf jeden Fall! Hallo? Achso! Es kann nur grün sein, weil das hier grün ist, ne? War das so? Oh! Fucky! Ja, das war so! Scheiße! Was war das? Erhöht die maximale Vitalität um 500, ne? Ich glaube, da ist das ja doch geiler, oder? Dass man schneller regeneriert? Ja, ich mach das jetzt so! Ist das denn das einzig sinnvolle mit diesen vergifteten Klingen? Das kann doch gar nicht sein! Verlangt noch die Zeit beim Zielen, das ist egal! Erwobene Toleranz! Jedes erlernt das Rezept erhöht die Stufe! Der Stufe 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung um 1! Ich glaube, da ist das ja fast besser mit diesen nicht vergiftet werden! Von 85 Prozent, das ist aber eigentlich auch egal! Wobei 0, 0 von 5! Das heißt, das könnten wir auch anständig aufbauen! Also, entweder nehmen wir erwobene Toleranz! Und die Wirkungsdauer wird auch noch um 5 Prozent erhöht! Ist auch nicht schlecht! Ha! Klar, dann nehme ich das hier! Aber erstmal gucken, ob wir die 3 Fertigkeitspunkte jetzt hierfür brauchen! Also! Hier bräuchten wir 3 große Mutagene! Das ist egal! Kann man eh nicht machen! Hier bräuchten wir... Das brauchen wir eh nicht! Wirkenden davon 1,5 Prozent pro Punkt einer Toxikitätsstoffe auf den Gegner! Derzeit 1,5 bis maximal 150 Prozent! Okay! So, wir könnten jetzt Euphorie machen! Wir brauchen 3 von 5! Jeder Toxikitätspunkt erhöht Schwertschaden und Zeichnintensität um 0,75 bis maximal 75 Prozent! Man ist ja fast immer getoxiziert! Oder wie hat man das nämlich, ne? Ich glaub' fast, das nehme ich, oder? Was kommt dann da raus? Jeder Antenalienpunkt verringert den erlittenen Schaden um 15 Prozent! Das ist maximal 45! Oh, das ist auch nicht schlecht! Mutierte Haut! Katzenaugen! Der Armbrustschaden ist jetzt auf 906 Punkte erhöht! Wer da hängt von der verwendeten Armbrust ab? Und die Chance auf einen kritischen Treffer ist um 50 Prozent erhöht! Armbrustbolzen durchschlagen den Gegner und werfen ihn um oder betäuben ihn! Gegner, die bei voller Vitalität getroffen werden... Was ist denn das für ein krasser Effekt, ey?! Was ist das dann? Metamorphose! Werden kritische Effekte auf den Gegner angewendet, wird ein zufällig ausgewählter Absurd Ja, ne, ne, auf jeden Fall das jetzt hier! Ist so schade, dass man immer nur eins auswählen kann, aber... Ich denk' das macht schon mehr Sinn, die Euphorie! So, und dann bin ich weitere fertig... Ach so, was kostet denn jetzt rein theoretischerweise das? Ach! Da brauchen wir das auch, oder was? Scheiße! Ich dachte, es ist egal, dass man von irgendeiner Seite ran könnte! Boah, das dauert ja dann ewig wieder da hinkommen! Ich überleg' halt gerade, ob's dann vielleicht sinnvoller wäre... Naja, ich glaub' nicht, egal! Egal, komm! Wir gehen erstmal weiter! Ich glaub', das ist dann der letzte... Fragezeichen-Ort hier! Auf der Seite! Und dann haben wir noch einen auf der anderen Seite, und dann haben wir's hier geschafft! Na, mal schauen! Ich würde sagen, auch das ist wieder ein bewachter Schatz! Aber... Hier bin wir nicht GANZ so sicher! Nein! Ein Ritter in Not! Na, dann machen wir das doch gerne! Na, komm schon! Das war's! Da vorne der Ritter ist gerettet! Mal wieder! Der riech jetzt unter der Erde, Kamerad! Ja, ja, ist klar, Kamerad! Befehle auf schmutzigem Perkament! Männer, da treibt sich ein Ritter auf unserem Land herum! Schlimm genug, dass Quail uns seine Nilfgaard auf den Hals gehetzt hat! Jetzt müssen wir auch noch mit diesem Trottel fertig werden! Aber übertreibt es nicht! Keine Schändungen, Pfählungen, Blendungen und so weiter! Also einfach rüber, runter und weg! Graubiel, Pellegrin! Baguette mal wieder! Keine Ahnung, was... Er wächt sich erst mal im Dreck... Er wächt sich erst mal im Dreck die Hände! Sehr schön! Da drüben ist übrigens Wasser! Verbranntes süßes Brötchen! Ich kann mich daran erinnern, schon mal ein verbranntes süßes Brötchen gefunden zu haben! Naja, ist schon klar! Spaltbolzen, Relikt, geil! Wie wir einfach nie diese Fässer nutzen! Wirklich nie! Ohne Übertreibung! Wir nutzen die nie! Wir haben die glaube ich noch kein einziges... Also klar, die sind schon mal explodiert in einem Kampf! Aber immer ausgesehen! Wir haben die... Ich hab die im kompletten Witcher 3! Wir haben übrigens über 200 Stunden mittlerweile gespielt! Also Witcher 3 inklusive Blood and Wine und... Heart of Stone! Also inklusive den Expansion Packs haben wir schon über 200 Stunden Witcher 3 gespielt! Und ich hab noch kein... Also wenn ich mich recht entsinne... Vielleicht irre ich mich! Schreib's mir in die Kommentare! Aber ich glaub ich hab noch kein einziges Mal... Aktiv mit Absicht so ein scheiß Fass benutzt! Ach wir haben noch ein Fragezeichen da drüben! Speichern wir erst mal! Würde ich sagen liken, kommentieren, abonnieren! Wenn es euch gefallen hat! Ansonsten Daumen nach oben! Dann wird man euch loben! Euer Paxes! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut!